Jo Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video und heute haben wir mal was ganz, ganz anderes. Ja Freunde, wir werden heute Coop Season mit dem Patrick von FIFA Active spielen. Moin mo Leute, hier ist der Patrick von FIFA Active und herzlich willkommen zu diesem Video von mir. Und ich wollte das. Ja, wir spielen heute mit Liverpool. Ja, genau. Und suchen wir direkt einen Gegner. Den wir uns im Spiel, würde ich sagen. Okay, wir spielen gegen Liverpool. Ja, du bist blau. Scheiße, man. Falsche Kameraeinstellung bei mir. Ja, warte, dann drück auf. Oder ich drück auf. Ja, gut. Alter, Liverpool gegen Liverpool. Bester Beginn auf jeden Fall. Oh, mein Herz. Oh, get out. Oh, Zucker. Oh, schön, schön, schön. Und? Nein, Alter. So eine Scheiße. Der war doch schon drinnen. Schon gemerkt, wie man Hetzel hat, übersteuert hat. Ah, pfff. Hast du einen Trick, was du gesehen? Wir könnten auch bald mal Pro Club spielen. Merklapp, Pro Club. Pro Club bin ich dabei. Ich hab, äh, keine Ahnung, 76 Punkte oder sowas. Zweimal gespielt. Ah, ich hab schon ein bisschen mehr. Oder drei Spiele und da in jedem Tor spielen ein Tor auf jeden Fall. Oh, schön. Ah, Mann. Der Tor ist einfach so gut. Ja. 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 Nein. Nein, 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 nein. Nein. Schieß. Alter. Schieß. Alter. Helfer. Oh, nein. Was ist das, Alter? Alter. Dreimal fast, dann noch Mignolay angeschlossen und dann haut er sich dann auch noch fast selber rein. Oh, mein Gott. Das kann man bei irgendeinem FIFA-Fails-Video einbauen, Alter. Das ist echt so, äh. Ich hab's halt ohne den Krieg. Jawohl. Wunderbar. Alter. Also den hab ich nicht im Tor gesehen. Einfach so die schlechteste Chance drin. Ja. Aber geiler Schuss. Mach alleine. Oder, ja, gut. An die Fretten, das wär zu laut. Okay. Easy. Gerd regt. Easy shit. Sturge mit dem Doppelpack. Oh, Junge. Ey, das ist ja eh. Wirklich, Liverpool kann ja gar nichts. Also, Liverpool ist richtig scheiße. Mach mal schnell, ey. Also, ich bin Liverpool ja echt besser im Spiel. Boah, wie flach, ey. Liverpool ist ganz geil, aber Liverpool, ey. Spielt hier grad richtig kacke. Oh, hu hu hu. Richtig unfähig, die Typen. Voll so. Skilla am Start. Oh, nicht schlecht gemacht. Und oben steht einer frei. Scheiße, schuld. Oh, schön, schön, schön. Ah ja, die Flanke war. Easy. Na, das bist du. Ja. Alter. Easy. So, Freunde, Halbzeit. Es steht 2 zu 0 für uns. Liverpool führt. Liverpool liegt hinten. Und da würde ich sagen, sehen wir uns in der 2. Halbzeit. Oh, die Scheiße. Alter. Eihau, tritt nochmal nach, du Bastard, Alter. Ja, Teddy halt. Alter. Boah. Kein Fall. Der war auch nicht vorbeigespielt. Aber was für ein Flug, Alter. Alter. Boah, schön. Oh, schade. Schade. Oh, ruhig drin ist ein Rücken. Uh, huh, huh, huh. Der läuft eh, oder? Jo. Ja. Kein Fall. Ja. Alter. Perfektes Timing, ne? Perfekt, ey. Ja. Schon lange fassig rückzieht, jetzt brauche ich abseits. Ah, warum? Weil ich wollte so ein Fallrückzieher, äh, seitfallzieher oder so. Oh, schade. Oh, scheiße. So ein Nu, alter. Boah, wie schlecht sind die? Weil Hotel ist aber schon ein Biest. Oh, bisschen. Ich mach's, weil die, okay? Nein. Ich glaub aufseits, scheiße. Nicht? Nicht? Doch nicht. Oh, oh. Wagen, was soll ich, glaube ich, tut's da, Wickford oder sowas, ne? Ja, genau. Dennigene, mit Schicken, rufen er kann er immer zum stehen benutzen. Der Flancte, der Flancte, der Flancte, der Flancte, der Flancte. Ach, 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 ach. Ah, man. Chancen zu sein. Scheiße. Nein. Oh, ich hab doch gedacht, nicht, Jungs. Scheiße. Fuck. Wir wollten kein Gegendor bekommen. Ich hab auch gemacht, ich hab auch gemacht, geschrieben. ich habe auch gelesen sterling sterling wechsel ist grad fix gegangen vor kurz vor minuten zu wem zu wem menschen wenn sie die in die 68 miller also na überlegt dir das mal 68 irgendwie sowas ohne scheiße für den war immer ausgelesen wer alles günstiger war als er welche top stars alexis sanchez aus der link zu menschen die und wir kriegen hier das Tor natürlich nicht richtig unverdient auch um 3 2 verlieren das ist immerhin mal was ja das ist ja mal was nach 2 0 führung nach 78 minuten bald auf die linie der titel da ist jetzt mal kollegen habe ich mich nicht noch auf die linie stellen da stehen man ja läuft bei dem die wir beide noch mal noch mal kommen dieser Freistoß braucht es so lange scheiße vor ab was für ein Lack wir haben das Spiel vorbei so spielst du bei einer guten Gruppen und kurz die spielenden vorangleich und das war es dann mit dem Video gewesen und das war es dann auch schon ja lasst gerne eine positive Bewertung da und auch von meiner Seite aus ob ich mal dass euch wieder gefallen hat auch wenn wir so peinlich zwei zeige gestellt haben um wenn ja geht noch nach oben vergesst nicht zu abonnieren links und die vor Ort ist natürlich in der Beschreibung der erste Link in der Beschreibung und wenn noch mal ein kurkiger noch ein anderes Video mit ihm gehen wollte damit irgendetwas schafft in die Kommentare und hier wieder stattdessen Prozent wir waren ausfüllen das war ausgeblich 2 2 2 ist ein faires Ergebnis doch abschieben wir uns auch schon und schreibt es bei mir auch gerne in die Kommentare ob es so was öfters sehen wollte mit anderen sie sind vielleicht auch mal Pro Club und ja dann war es das nächste Mal Tschüss Ciao